Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe hier nochmal zwei Booster für euch aufgetan und damit herzlich willkommen, so schnell wie ein Topsi. Das sind zwei Mega Gardevoir Booster und die werde ich jetzt hier mit euch öffnen. Da schauen wir nochmal, was sich hier in diesem Buschson so alles verbirgt. So, wir haben hier ein Sonnenfell, wir haben ein Rotomorf, Nasgnet, Volbeat, ein Pandir, ein Sagnabus als Reverse und ein Voltensolo. Ziemlich coole Karte. Dann haben wir noch ein Nidorina und ein Seeyong und ein EP-Teiler. Und dann wären wir auch direkt beim zweiten Booster angelangt. So, und dann schauen wir mal, was sich in diesem Booster befindet. Hier befindet sich ein Bidisa, ein Lampi, Zappladen, Nidoran, Tentacher. Oh, Kyogris Geistesbund als Reverse, immer eine sehr schöne Karte. Und ein Rihonjo als Rare. Richtig, richtig geil. Ja, als Holo. Ich glaube, die habe ich sogar nur als Reverse. Ziemlich geil, dass ich die noch gefunden habe. Richtig herrlich. Pantimos haben wir hier noch. Dann haben wir hier noch ein Makago und ein Seemon. Und das war es auch schon wieder für dieses Video. Danke fürs Einschalten bei Gerardos Damage. Ich verabschiede mich mit einem lauten Channel und ciao mit vor. Bis dahin. Tschüss.